Hallo ihr Lieben, ich bin es, eure Rose Fröhlich. Wieder mal echter Patientenfall. Und zwar mit dem Thema Verstopfung. Also ein besonderes Thema. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Mit dem altbekannten Thema Ernährung. Denkt dran, macht es bloß weg. Ihr wisst ja, wie das geht. Abo. Je nachdem, wo ihr mich hier auf den Plattformen seht. Also kommen wir zum echten Patientenfall. Es ist das Thema Verstopfung. Ganz viele mögen gar nicht drüber reden, wenn ich das immer sehe, dass die Patienten in die Praxis kommen. Und dann so nebenbei, oh Frau Rose Fröhlich, ich habe da nochmal eine Frage. Und dann, ja was kann ich tun, das ist immer so komisch da unten und ja, funktioniert nicht. Also ich bin da relativ entspannt. Thema Verstopfung kein Thema. Was kann man tun? Also die ersten drei Sachen, die in der Regel wirklich sehr gut funktionieren. Viele kennen das immer mit diesen Ballaststoffen erhöhen. Das machen die Ärzte immer ganz häufig. Das kann man machen. Ballaststoffe sind an sich ja Faserstoffe, die wichtig sind, den Stuhlgang weich zu machen. Das wären zum Beispiel so Flohsamen, Leinsamen oder sowas wie Schiasamen. Oder natürlich auch Ballaststoffe, die ihr einfach in Meerkorn-Vollkornbrot drin habt. Wenn die Verstopfung aber akut ist, funktioniert das meistens und das ist der zweite Tipp, in der Regel viel besser, wenn ich die Ballaststoffe mit Feuchtigkeit verbinde. Also zum Beispiel im Zusammenhang Tomaten-Gemüsesaft. Dort sind nämlich Milchsäurebakterien drin und die Milchsäurebakterien als auch das pürierte Gemüse führt dazu, dass der Stuhlgang weicher wird. Weil wir die Ballaststoffe, wenn die püriert sind, das geht außer mit Gemüse-Tomatensaft auch gerne mit Blumenkohl, Brokkoli, Möhren, bunte Gemüsesuppe. Das pürierte hat den Vorteil, dass die Ballaststoffe Feuchtigkeit schon haben, die Ballaststoffe vom Gemüse, dann einfach die Darmzotten besser anregen können und dadurch der Stuhlgang weicher wird. Wenn man zum Beispiel Gemüse-Tomatensaft, der ist milchsauer vergoren, weil dort Sauerkrautsaft drin ist, am Abend mit einem Schluck, mit einem Schluck, mit einem Schuss, mit einem Schuss Öl verbindet. Also ihr könnt einfach Teelöffel, Esslöffel, je nachdem, was ihr mögt, auf Becher oder Tasse nutzen. Das führt dazu, das Öl macht die Schleimhaut schön geschmeidiger und unterstützt die Schleimhaut. Und letztendlich ist das Öl immer entzündungshemmend. Das heißt, viele sagen auch immer oder ich erkläre es immer, das flutscht ja auch alles besser. Das kann man sich bei Öl ja immer gut vorstellen, wenn das so im Darm nachher ankommt, also über den Mund aufgenommen wird. Und in Suppen zum Beispiel, wenn ich dann Schuss Öl reinmache, funktioniert das ja auch sehr gut. Bei den Ballaststoffen ist es wichtig, das wäre jetzt nochmal der dritte Tipp, dass ihr guckt, dass genügend getrunken wird, möglichst zuckerreduziert oder eben ungesüßt. Sowas wie, wer mag Tee oder Wasser oder nur einen kleinen Schuss Geschmack ins Wasser, weil wir den höheren Anteil brauchen an Flüssigkeit, um einfach den Ballaststoffen die Möglichkeit zu geben, dass diese Faserstoffe quellen und dann im Magen-Darm-Trakt sozusagen den Stuhlgang weicher machen. Also drei Sachen, probiert sie aus und habt ihr weitere Fragen, weitere Ideen, schreibt mir gerne in die Kommentare. Denkt dran, plus weg, ihr wisst ja, wie es geht. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch und danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Sandra. Aus welchem Dramatiker. Halter бегbt da. Dreische用 Dramatiker.